Es ist der Knaller zum Jahresbeginn. Von der einen Borussia zur anderen. Shootingstar Marco Reus wird Borussia Mönchengladbach im Sommer Richtung Dortmund verlassen. Es bringt nicht darüber zu sprechen. Wir können das nicht ändern jetzt. Fakt ist auch, wir verlieren einen sehr, sehr wichtigen Spieler für Borussia Mönchengladbach. Durch die Perspektive. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dort noch weiterentwickeln kann. Es ist im Fußball so, dass man Entscheidungen treffen muss. Ich habe mich so entschieden. Ich werde aber weiterhin 1000 Prozent für den Klub geben und alles raus. Radbacher rücken jetzt nach 10 Minuten. Zum ersten Mal ein bisschen raus aus –. Tor! Superfest! 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 1-2-2! Ich hab das Diener selbstbewusstsein gehabt! 1-2-2! 2-2! 2-3! 2-3! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! 1-3! 1-3! 1-2! 1-2! 1-3! 1-3! 1-3! 2-3! 1-3! 1-3! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018